Die Stadt Wetzicke ist eine Stadt mit einer regionalen Bedeutung und sie wächst sehr schnell. Umso wichtiger ist eine sorgfältige Begleitung einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Smart City Strategie greift verschiedene Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit und Vernetzung auf. Darum verfolgen wir den Weg zu einer smarten Stadt. Der Hackathon bietet eine gute Gelegenheit, dass wir verschiedene, vielfältige und spannende Projekte aufgreifen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Schauen Sie rein, welche interessante Challenges die Stadt eingereicht hat und unterstützen Sie uns bei einer innovativen und nachhaltigen Stadtentwicklung.